und herzlich willkommen zu einer weiteren folge 7 days to die mit der mod prepokalypse ja nach einer erfolgreichen heute nacht die war wirklich sehr gut um hier die falle die steht hier als wäre nichts gewesen ja wir müssen trotzdem noch ein bisschen reparieren aber nicht heute heute machen wir mission weiter ich möchte hier die ganze gegend jetzt zum letzten hoch arbeiten was missionen angeht und das hier machen wir mal weg das stört mich werden auch ein bisschen aufräumen die waffe jetzt mitnehmen anstatt der die ball hat ja auch nur millimeter glaube ich hat die eigentlich besseren bums ja tatsächlich auch noch hat man habe ich gesagt nur millimeter baller die ja genau da kann man nämlich die erst mal weg tun und wir haben ja hier alles drauf was wir brauchen wir haben die leben sie mod das ist natürlich richtig gut das war erst zwei aber das ist trotzdem ist besser als die ball hat natürlich auch einiges hatte waren ganz schön um so wir haben die m60 und wir sollten mal ein paar kids basteln das wollte ich noch machen und hier wollte ich jetzt mit der schaufel der schaufel genau den hügel mal kurz weg machen der nervt und hier kriegt man hier was rein braucht das eh nicht mehr der erde machen erde erde brauchen wir 16 leben und ich schaufeln wir gerade mal hier raus 44 leben alles klar so viel leben aus einem schuss so dass wir können schön zu machen das loch ist das nämlich auch weg das brauche ich eh nicht mehr da kann ich eh nichts mehr machen wo ist es denn geht aber nicht nein es kann das nicht zu machen dann müssen wir mal gucken ja das 7.000 das klar warte mal muss ich was probieren ich finde das loch jetzt zu haben also machen wir hin gucken ob das hier runter fällt das war der plan das war der plan nicht unbedingt schön mir gefällt es ist einfach ein geiles spiel kann ja sagen was er will das ist nicht zu hier es geht nicht so lässt sich nicht verschließen ich will das jetzt zu haben ich kann nichts dafür okay was ist hier los ja das hier ist jetzt doof mal wieder weg wenn das nicht anders geht ich habe doch holz warte mal raublock ich habe kein holz doch gerade so und das alles gut ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig keine panik ja die nehmen wir mal rüber wo ist denn meine axt habe ich meine axt gar nicht erst dabei die brauchen wir im moment auch nicht mehr pass auf das machen wir mal anders ich räume jetzt erstmal alles hier rüber das geserf kommt rüber rüber wieviel honig haben wir das kommt rüber die 44 brauchen wir die ne die brauchen wir auch nicht ein bisschen aufräumen das kann man zerlegen essen wo haben wir das essen ist hier was zu essen gebratener wels genau den machen wir rüber können wir das hier nämlich alles mit rüber nehmen das sind robotik teile die kann kann man drin lassen für den händler das bleibt sowieso hier sand die steine würde ich jetzt noch behalten das sind sehr viele das werden wir benutzen das auch wieder nicht gesehen was es war händler sachen könnten wir eigentlich auch im motorrad lassen und das weiß ich aber noch nicht oder wir könnten aber auch gleich rüber bringen sind doch neben dem händler doof das machen wir sofort es ist erledigt ja einen schönen tag ach ich hab noch ich muss hier noch 109 brauchen wir die ne ich würde dann das nehmen aber erst hätten wir dem ein bisschen was verkaufen hier das 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 den hammer behalten wir die teile auch das bleibt auch hier das kommt weg das kommt weg die machen wir jetzt auch weg will er gar nicht haben okay dann halt nicht sein was kaputt ist wohl auch gott hat mich ein durcheinander ich gehe jetzt auch mal hin noch jemand normal auf 0 wird wir da gleich mal besser besser aufräumen können hier gut wir würden dann hab jetzt mache ich brauche ich mir selbst am tag 37 vorschlagkammer mögen sagen wir mal so für den für die vollständigkeit würde ich die tatsächlich jetzt mal kaufen und er hat nichts nichts mehr an büchern da noch was ne irgendwelche mods die wir brauchen mit sicherheit nicht haben soweit alles motorrad warum auch nicht wegen sensor könnten wir einen mitnehmen brauchen wir für die drohne und so kurzer moment so das immer wieder genau durst sie ich gerade müssen was trinken das habe ich gerade weggeräumt ach gott ist das alles ein zirkus ganz ruhig so jetzt nehmen wir uns das hier erst mal was bleibt uns sonst nichts so strom zu für nacht brauchen wir jetzt nicht abholen säubern 150 boni express was immer das ist immer ist gleich angucken ich mache jetzt trotzdem noch mal kurzen schnitt ich räume erst alles weg hier und mache hier ordnung in meinem laden wir nehmen das hier wieder alles an uns damit wir dann doch nicht ja komm lass das jetzt hier nehmen wir alles mit ist klar so ich mach ein kurzes break dann sehen wir uns an der stelle wieder wo die aktion stattfindet ist dann die mission so ich habe mich versorgt wir gehen jetzt gucken was das jetzt für eine mission hier ist hatte die jetzt nicht angenommen ja die müssen noch zurückbringen das ist die wir noch dabei haben da müssen wir jetzt gucken wenn diese zombies haben mit den waffen mit den schuss schussapparaten mit den pistolen mädels das sind glaube ich die die wir mit der smg müssen weg pull an pull an ja vor allem so da gucken wir mal hier gleich rein da hätte man theoretisch zweimal machen können aber gut ich will jetzt natürlich auch schön hier durch seppen so die würde ich gerne reparieren die hat noch ein bisschen zeit den muss ich reparieren brauchen wir doch gelegentlich geht da eigentlich nicht mehr rein noch einer rein haben wir gar nicht das müssen wir noch benutzen das auch das schmeißen wir weg das auch das auch die vier nitrat nehmen sie mal mit so 20 45 werden aber jetzt trotz allem zuerst mal ist drei jahren drei jahren können wir mit dem stab machen da können wir sie mit muni sparen erst mal gucken okay da laufen wir nicht durch das könnte wenig schmerzen bereiten gehen hier rein genau verschlossen jawohl tasche ich glaube ich habe gesagt wir brauchen auf jeden fall elektro und mechanische teile hier sind ja schließlich nicht zu hause deshalb nehmen wir jetzt mal ein bisschen was mit nicht zu viel sonst wird es öde weiß stoff ganz toll bücher ja natürlich klingenmachierte ah wir können die machierte bauen können wir die im dings bauen machierte in der werkbank ja 20 geschmiedeter stahl seid ihr wahnsinnig da warten wir noch den brauchen wir im moment für andere sachen aber west 50 zombies die meine haufe xp haufen xp ne haufen haufen zombies liegen hier rum danke schön nehmen wir jetzt einfach mal alles an werden die nachher auf einmal lernen dann mal jetzt hier ja mal durst ist okay steine kannst du jetzt behalten erstmal uch bringt federn und mich auch mal hier mechanisches teile ganze menge jetzt weiter ja kommt mal kurz hier rein ja wenn ich nicht treffe er trifft was machst du abhängen das ist dann nachher gutes abgehangenes gammelfleisch ne ja ganz neu bedeuten wir haben hier irgendwo die hache ach guck mal hier ist es doch säubern müssen wir trotzdem noch mechanical tools das leben können wir sammeln brauchen wir jetzt nicht mitnehmen das bringt immerhin ah munition nehmen wir gerne naja kohle und blei so bisschen hier weiter aua ähm hier geht irgendwo was auf kam da jetzt die leiter hier runter kein ding wenn zuerst pulverisiert oder was offensichtlich ja mach jede bombe jetzt natürlich nicht weil die ist mir zu teuer da in dem stahl den haben wir sowieso so äh selbere gebiete muss irgendwo noch was sein ach das ist doch was für unsere komm immer schon wenn schon denn schon ne wenn schon denn schon ne ja ja scharfschütze schlechthin ne wenn der mal ist der mal hier geladen und gezielt hat und gemacht hat ja ja jow jow ja jow noch nicht überall noch unten was gut okay okay da müssen wir nachher noch mal runter wahrscheinlich geht es da hinten irgendwo noch mal rein oder hier da war doch noch eine falltür ich meine dass wir da noch irgendwie hin müssen machen wir erstmal hier ein bisschen ist ja noch gar nicht der hauptblut der lichtes mal ebenso fest gut da haben wir hier was zum lernen aufräumen da ist noch mehr was noch das noch das auch rüstung stufe 3 nehmen wir mit hier kann man wegschmeißen das können wir zerlegen könnten dazu links davon bauen aber da haben wir endlich immer genug nehmen wir natürlich mit so was heißt hier unten ist irgendwas aber da sehe ich jetzt keine möglichkeit für runter und dass man auch auf der seite an jetzt noch mal runter hier haben wir noch was das ist immer noch nicht der hauptblut oder ein hühnereichen danke das ist weg ach den einstoff brauchen wir jetzt auch nicht ne brauchen müssen wir noch mal eine runde farmen gehen so aus der hauptblut das glaube ich ja nicht wieso blute ich denn jetzt und infiziert nötig wieder mal unnötig da neben dran 25 meter da haben wir schon mal die kiste ich würde aber sagen bevor ich jetzt hier rein krabbele machen wir mal die blut weg nehmen wir die axt mit runter ja das ist jetzt wieder blöd hat sich wieder nicht was ich so gut okay okay ja fünf schläge sechs so kriegen wir alles rein sehr schön soweit so gut haben wir hier noch die triche sehr gerne stoff kannst jetzt auch behalten müssen wir mal gucken wie komme ich jetzt da rüber das sind drei ja wir haben einen vierer das ist okay sorry aber ich muss jetzt den platz haben wir sagen wie ich jetzt hier rüber kommen da müssen wir nochmal zurück da haben wir unten irgendwas vergessen und anfangen verstehe das heißt wir müssen hier den schlüssel finden werde ich jetzt auch suchen ich werde jetzt nicht einfach hier aufkloppen siehst du die halbe parade benutzen nehmen genau so ist das schön so kriegen wir noch eine hin das ist die zeit 60 sekunden zum trinken klar den platz haben wir mehr ne ja hab ich mir gedacht gut wir haben eine gute stahlhacke sechs schläge wir können wir schauen rein und siehe da ganze menge zeugs die werden wir dann zerlegen ich weiß gar nicht das könnte ich mir eigentlich auch schenken das zeug gut ich würde sagen bevor wir jetzt noch mehr hier einsammeln es sind alles sehr kurze wege das gefällt mir eigentlich gut keine lustigen ausweg zu suchen gut gemacht so wir sind immer noch infiziert habe ich ihn nicht drin ja müssen wir mal was tun und wir haben hunger was bringt uns das und das nehmen wir 50 können wir das jetzt hierhin machen ich gar nicht so schlecht die idee dann haben wir immer was dabei was haben wir hier auch eine blutende wunde haben wir nicht mehr so gut wir nehmen die nächste gleich mit dass wir hier uns dann hoch pushen mal gucken bis hier danach auch fünfer und sechser missionen gibt ich weiß gar nicht die gebäude habe ich gar nicht gesehen dazu wir müssen dann weiter weg fahren das könnte natürlich sein aber was haben wir also eine armbrust drei sprengfeil munition vierer feuerachs wo ist ja gar nichts dabei was wir ich mag mit der armbrust armbrust das geht es eigentlich nur noch drum was wir am meisten geld bekommen 378 381 ich habe keinen platz das müssen wir so erstmal wieder verkaufen wir aber jetzt auch tun werden einmal durchräumen das können wir uns auch schenken das brauchen wir auch nicht mehr behalten wir natürlich schockstabteile behalten wir auch mal falls wir einen besseren bauen können fünfer die haben wir jetzt endgültig abgehakt robotikteile behalten wir auch dreier schockstab wir haben vierer kann weg zweier gas stahl knüppel kann weg die waffe machen wir wieder hier hin und den rest behalten wir so was nehmen wir feuerachs abschließen und die kannst du auch gleich haben wenn ich sie dann finde vierer ist die schlechter als meine besser als meine viel aber immerhin so verändern wenn dann ja alles raus ändern und alles wieder rein ist der rest da oben dann machen wir das mal da hoch dann haben wir dann das problem auch nicht mehr hier ein weniger dann haben wir das problem auch nicht mehr so den behalten wir aber so dann nehmen wir aber noch eine mission mit aufgabe abholen holen in die bei die bank das ist aber nicht die die bei die bank naja das da hinten die ja sehr schön ziemlich die gleiche wie die hier nur anders so bevor ich aber jetzt hier großartig alles wieder wegräumen gehe jetzt keine lust zu werden noch so viel nicht looten ja ich möchte aber jetzt auch nicht hier marathon machen das ist auch doof wir machen die mission so noch dann ja da werde ich die folge vielleicht beenden zu beenden und dann erst ein in der grube so ich weiß ja jetzt wie das hier ding hier aufgeht das ist eine 3er mission sind elektrik gefällig so bist du jetzt gar schließlich eine elektrogrille oder so was ja genau so es muss ich gucken hier gibt es jetzt überall schlüssel es gibt es mal buch erdeckung von schlag das ist so gut dem habe ich auch noch nie gearbeitet wäre interessant jetzt mehr bücher auch nicht okay hier ist alles zu ich muss gucken irgendwo gibt es jetzt mit sicherheit ein schlüssel ja wo hängst du denn da wiederum sonst nichts zu tun also spiel das spiel ja wirklich schon so lange ich werde im spiel irgendwie nicht müde es ist einfach ein gutes spiel nur dass wir mal drüber geredet haben jetzt geht es hier weiter da muss mit sicherheit auch wieder irgendwo ein schlüssel sein ich guck mal dran die dreht jetzt noch nicht auf ok bisschen wenn ich aber hier ist dann . so hier haben wir Bresor Rüstung so die haben wir aufgemacht bringt mechanische Teile die ist jetzt verschlossen jetzt nicht mehr hier war alles voll noch einer da bespuck dich selbst nein da war ich zu schnell hier haben wir schon mal den ja das reicht mir aber natürlich nicht hier noch ein bisschen gucken Muni sehr gerne Rezept natürlich brauchen wir wieder unseren Schlüssel Bresor lesen wir gleich Nägel die können wir zerlegen A-Pilze benutzen mal so A drücken und nicht S den Rest den wir einfach mal mit im Moment haben wir ja Platz genug das können wir eigentlich zerlegen Fehler können wir auch herstellen ohne Ende Papier können wir uns eigentlich auch schenken gut egal wo ist jetzt hier der Schlüssel zum nächsten da guck mal an ist hier auf und da immer noch nicht Bücher wo ist denn der andere Schlüssel hier war man ja es sei denn das wäre jetzt hier hinten ne ähm Nanu 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 den haben wir wo haben sie die denn er ist versteckt so das war der für hier das war der für die Tür also für die Tür wo ist jetzt der für die Tür die Mission haben wir zwar aber ich wüsste jetzt doch gerne wie es hier weitergeht ne ohne aufhacken also hier ist definitiv nix haben wir noch ein Buch gefunden das ist leer das ist klar ok ja man muss nur gucken einfach nur richtig guckt einfach nur richtig gucken so das ist ja so ist das heißt ich habe ich den nächsten schon gesehen super kommt hier der trick ich glaube die waren da hinten dran so die strift wird getroffen gut oh ja da kommt noch ein bisschen was findet drei jahre hier schon was los gut ich kenne das ja ich gebäude ja schon mal gemacht wohnen wir schließlich drinnen und nein wir machen hier keinen zweiten wohnsitz sind ein bisschen doof wir sind voll das weg und das weg das können wir erlernen das auch das auch 3er m60 wir haben eine 1er wir haben noch gar keine m60 falsches spiel ich könnte 3er m60 bauen das ist ja wohl dann pflicht für die nächste bausaison kopf invasion machte mir hier meine ganzen sachen kaputt kann es ja jetzt auch nicht sein ne was haben die nicht so tragisch hier stand nur irgendwas ne das wird es schon wieder eng die schatzkarte können wir nichts mit anfangen papier draus ja genau weg hier kann man verkaufen da noch was dem auch mal nicht das war es eigentlich ne das prüfer nehmen wir mit ja hier ist natürlich noch munition können wir zerlegen hier geht es nochmal rauf können wir auch da ist vielleicht noch munition drin fünfer schubs gerät das nehmen wir auf jeden fall mit schmeißen wir den sand weg schrot passt rein munition passt rein da haben wir nichts mehr das können wir hier lassen erst dann komm auf geht's nach hause erst zum händler dann nach hause jetzt reicht's aber hier ne ich hab was sechs fertigkeitspunkte die werden wir jetzt noch verarbeiten ach ich bin infiziert von den kleinen ja ich sag's jetzt nicht den armen klein so jetzt haben wir es gut da müssen wir noch mal ins moped da habe ich nämlich meine ich kann ich die lesen ja findet man ja wirklich genug hier müssen das hier doch für ein schloss ich bin jetzt noch was auf war das die tür jetzt wurde ich mal weiß nicht mehr ich nicht so wir haben die schulfwunde nur von den kleinen haben schluss jetzt wo ich nicht aufgepasst habe das geht natürlich auch nichts mehr rein benutzen die schmeiß ich so ungern weg aber die hier kann man zerlegen weiß schmeißen wir das weg gut jetzt haue ich ab ich gucke jetzt nicht mehr links nicht mehr rechts wir laufen jetzt raus ganz schnell fahren zum handy wildschweinchen brauchen wir fleisch weiß gar nicht ganz toll 2700 was ist hier los was ist hier los sehr gut das abendessen ist gesorgt wir haben die eier gefunden wir haben fleisch gefunden was wollen wir denn mehr nichts mehr parken direkt hier haben wir hier noch was drin für den händler ah jede menge die weiß ich jetzt gar nicht die lassen wir mal noch drin hier auf jeden fall das auch der knüppelteil habe ich ja gesagt habe ich schon mal brauche ich gar nicht aufheben Schockstab halten wir mal ausnahmsweise Pistolen auch nehmen wir noch einmal auf zwei Äxte Möchte ich auch nicht wegwerfen ähm ok wir gehen noch mal kurz rüber ja macht nix liegt zur uhr ähm 8 AK 25 Stahl so nächste aufgabe nehmen wir schon mal mit abholen best recht retter was willst du mir sagen so ich bin infiziert immer noch ja haben wir ja keine wahl dann trinken wir noch an nützen nutzen nehmen wir auch wieder muss ich eh alles mitnehmen jetzt ne warte mal ja mach mal alles wieso habe ich denn jetzt den Rest hier nicht verkauft ich bin doch völlig verwirrt ok den machen wir noch tot und dann gehe ich den Rest noch verkaufen dann sehen wir uns in der nächsten folge bedanke mich fürs zugucken bis zum nächsten mal ciao her 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 her